Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 von Slenderman Hospice. Mein Kumpel und ich, wir sitzen schon wieder hier. Wir mussten uns eben ein bisschen entspannen, besonders nach dem Gekreiche von eben. Und da wir dem Slenderman wieder in die Arme gelaufen sind, müssen wir jetzt natürlich nochmal von vorne anfangen. Dann drückt uns die Daumen und seid live dabei, wenn wir uns hier gleich das Herz aus Brustkaste schwitzen. Viel Spaß und ich hoffe, euch geht mein dummes Quatsch nicht auf die Keks. Wir wissen übrigens immer noch nicht, wie die andere Tastekombinationen gehen, falls es da überhaupt noch welche gibt. Das ist hier die Frage. Aber... Es wird sich schon so machen lassen. Hm. Complete the poem. Press the space to the place. Schon wieder press the space to the blue. Ach, egal. Kann ich nicht aussprechen. Ah, hab ich nicht jetzt gemacht. Ach du, hab ich die ganze Sache geschmissen. Leute, wir haben die ganze Glühbirne, ähm, Lichtdinger auf den Boden geschmissen und das bedeutet, wir können die jetzt natürlich auch nicht ausmachen. Und das wiederum bedeutet, dass wir wahrscheinlich gleich wieder vom Slenderman attackiert und frittiert werden. Wie ich eben bereits schon gesagt habe, sind wir jetzt zwar in einem Krankenhaus, aber das Krankenhaus ist irgendwie bis auf den komischen Slenderman mit seinem weißen Gesicht leer. Ja, ich weiß, jetzt mache ich wieder Spaß über das Slenderman und wenn ich ihn wieder sehe, schreie ich wieder wie am Spieß. Die Nachbarn da aber sind mal wieder asozial, viel zu laut. Aber was will man machen? Ach Gott, oh, die asoziales Maul. Ah, ähm, Entschuldigung. Das kannte ich jetzt leider nicht. Steht ja da vorne. Ach nee, das ist die Tür, wo da vorne steht. Hm. Ach, die Gretel kriegt keine Luft her, das. Ja, übrigens habe ich jetzt rausgefunden, dass es ein Vibe ist, was wir da gerade am Spielen sind. Die Justiz heißt sie. Ja, oder Justiz, was weiß ich, wie man es ausspricht, das ist ja auch scheißegal, weil Quinnisch bleibt Quinnisch und, ja, und Deutschisch bleibt Deutschisch oder so in der Art. Ich weiß, es gibt das Wort zwar nicht, aber Gretel, Brigitte. Wir suchen jetzt so einen komischen, bekloppten Zettel, wo wieder an der Wand pappt, irgendwo. Und wir müssen hoffen, dass wir den Slenderman... Ach nee, da ist so einer. Jetzt nicht gleich wieder in die Füße rennen. Und dann... Rette mich. Kein Slenderman. Das ist gut. Ja, an diesem Punkt würde ich gerne meine Freunde grüßen. Im Fall eines Falles, dass ich vielleicht gleich einen Herzschlag kriege. Ähm... Und Patrick, seine Mutter... Gepetraja. Gepetraja. Ähm... Ja... Die Anki... Und... Die Mia... Und... 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 Die Jacqueline... Und... Und... Die Sabi... Und alle anderen, mit denen ich zu tun hab. Ach uns Yvonche, die sich wahrscheinlich gleich der Arsch ablacht, wenn wir hier rumbrüllen. Aber... Wie sagt man so schön? Happy Birthday to you. Oh nee, und der zweite Zettel, Leute. Jetzt... Was steht denn hier drauf? Always look back. Und er ist nicht da. Leute, wir haben wieder beim zweiten Zettel Glück. Wenn ich jetzt gespielt hätte, wäre er wahrscheinlich beim echten Zettel schon aufgetaucht. Wir hören eine... Bumm... Mönde Melodie. Aber... Er scheint nicht in der Nähe zu sein. Daher können wir jetzt mit Ruhe den dritten Zettel von 16 suchen. Ja, ich hab mich am Anfang versprochen, es waren nicht 10, sondern 16 Zettel, Leute. Aber ihr müsst mich ja auch verstehe. Ich mein, ich sitze hier jetzt gerade und... Dokumentiere hier alles, was hier beim dritten Zettel passiert... ähm... passiert. Und eben... Eben, eben... Geht's wieder los. Und er steht jetzt bestimmt hinter uns. Kannst du das Licht wegschmeißen? Ja, wir haben am Anfang schon die ganze Laterne-Dinger da wegschmissen. Glühbirne... Ne, jetzt hört mir der Name wieder nicht ein, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Weil er wahrscheinlich wieder hinter uns ist und... Das ist sehr erschreckend. Ich weiß, ich quatsch sehr viel. Aber man will ja auch was zum Nachrappen, ne? Jetzt wird der Gangnam-Style passen. Entschuldigung, Leute. Ich wollte euch jetzt nicht so ins Ohr schreien. Aber ich habe mich erschrocken. Weil er nämlich gerade da gestanden hat. Ich habe meinen Kollegen eben Bein auf den Stuhl gehauen. Oh, Leute. Leute. Ich kann's nur immer und immer wieder sagen. Das ist nicht für schwache Nerven. Das könnten sie doch aber Amo wieder nach Tablet ziehen, oder? Ja, du siehst ja aus wie Hund. Du brunst bestimmt jeder gegen die... Ne, ich wollte sagen gegen die Deck, aber... Ich denke mal nicht, dass jemand so hoch brunzen kann. Spaß beiseite. Ich wollte mir ein bisschen... Ich wollte mir ein bisschen... Witzigkeit... Witzig... Da ist ein Bubzettel! Okay. Leute, entschuldigt. Mein Ausraster. Aber hier ist noch so diese Pappzettel. Und... Wir haben jetzt 6 von... 18... Äh... Andersrum. Wir haben jetzt 8 von 16. Und... Wir müssen jetzt aufpassen, weil wir jetzt nicht genau wissen, wo er jetzt genau ist. Es könnte sein, dass er jetzt hier neben in der Tür drinnen steht. Und mein Kumpel muss natürlich gucken gehen. Nein, er ist nicht drin. Und dann... Ja, diese Ego-Shooter... Ähm... Diese... Sign... Ne... Nicht Science Fiction... Ähm... Ja, diese komische Horrorstreife hier mal wieder. Und meine... Komischen Versprecher... Ich müsste entschuldigen. Ich mach das heute zum ersten Mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, ich hab'n Herzinfarkt.